Heute sehen wir über die Grenze zu unseren Nachbarn in Österreich. Die Überlieferungen des Sehers sind durchaus interessant, dennoch muss ich meine Zweifel anmelden. Da er aber sogar Einzug in eines der mir vorliegenden Bücher über endzeitliche Prophetien gehalten hat und ich schon länger recherchiere, was an diesem Seher dran ist, ist er es wert, ihm ein Video zu widmen. Am besten holt euch eine Tasse Kaffee und macht es euch bequem. Es wird ein absolut spannendes Video. Begleitet mich also durch die Erkenntnisse zum anonymen Priester bei Salzburg. Vorab entschuldigt, dass ich den Namen eines Autors nicht nenne, aber ich möchte ihn nicht bloßstellen. Ja, die Schauungen gibt es wirklich. Verschiedene Quellen im Internet liefern Informationen dazu. Und auch in einem noch gar nicht so alten Buch erwähnt ihn der Autor. Und doch bin ich sehr skeptisch. Ja, denn abgesehen der Schauungen dieses Seher ist nur noch der Ort der Prophetien bekannt. Keine Zeit, kein Name, kein Beweis dafür, dass es ihn gab. Oder doch? Wie immer ging ich an meine Recherche, indem ich versuchte, zum Ursprung der Schauungen zurückzugehen. Bis auf das Buch, das ich vor mir liegen hatte, konnte ich nur via Internet Informationen sammeln. Und dass da so ziemlich jeder Mist auftauchen kann, ist wohl inzwischen kein Geheimnis mehr. Dennoch musste ich mich darauf verlassen und akribisch nach Informationen zu suchen, die wirklich dem Seher zuzuweisen sind. Eine Quelle, die eigentlich immer sehr gut recherchiert ist, widmet dem Seher ein größeres Kapitel, worauf wir uns im Verlauf des Videos auch immer wieder beziehen werden. Diese Quelle nutze ich zwar immer mal und meine treuen Zuschauer können sich eh denken, von welcher Quelle ich spreche. Ja, es ist die Seite schauungen.de. Doch bei dieser Recherche fiel ich erst über einige Namen und letztlich bestätigte schauungen.de dann das Ganze. Ich kam auf ähnliche Erkenntnisse. Doch der Reihe nach? Sowohl das Buch als auch einige Internetseiten, die eine doch respektable Auflistung bekannter Seher vorweisen, zitieren den anonymen Seher aus Österreich und liefern auch dazu die Quellen, die sie nutzten. Auch weitere Bücher finde ich, die den anonymen Seher aufgelistet haben. Das Problem allerdings waren die Schauungen selbst. Die Aussagen, die diesem Seher zugeordnet werden, dachte ich eigentlich, dass sie zweifelsfrei von Alois Irlmayr stammen müssten, seltsam und musste recherchiert werden. Denn ich hatte keine Lust, mich wieder an den Pranger stellen zu lassen von den hier, in doch größerer Zahl, sich rumtreibenden Besserwisser. Entschuldigt den Ausdruck, aber ich habe es satt, tagtäglich lesen zu müssen, dass England nicht die USA ist, in einem Lebensbericht die Anlage kommt, es fehlen die Prophetien und auch ein toller Kommentar war, dass die Seherin ja gar nichts über den Dritten Weltkrieg sagte. Ja, nee, ist klar. Natürlich muss man manchmal etwas mitdenken, um die Schauungen verstehen und einordnen zu können. Da ist nicht immer alles auf dem präsentiert, Ella. Egal, ich kann nur noch den Kopf schütteln. Jedenfalls wollte ich genauer wissen, ob die Texte zwei Sehern gleich gezeigt wurden oder ob da meine Zweifel richtig waren und es sich hier um Erfindungen handelte. Ich stieß auf einen Artikel, der einen Namen nannte, der später noch relevant wurde. Und doch, dieser brachte mich dazu, dem Ganzen keinen Glauben mehr zu schenken. Zweifel fingen an, an mir zu nagen. Was, wenn ein übereifriger Prophetienforscher etwas schluderig in seinen Nachforschungen war und Texte an zwei verschiedenen Orten den Sehern zuschrieb, es also eine schnöde Verwechslung ist? Dies ließ mir keine Ruhe mehr. Immer wieder verschob ich die Recherche, da ich eigentlich keine Zeit investieren wollte, nur um dann feststellen zu müssen, dass ich kein Video daraus erstellen kann. Das Risiko wollte ich nicht eingehen. Vorerst. Und dann stolperte ich immer wieder auf Zitate der Schauungen des österreichischen Priesters. Ich kam nicht mehr drum rum, ihn mir ein weiteres Mal genauer anzusehen. Ich begann also wieder bei dem renommierten Autor, in dessen Buch ich das erste Mal über den Seher gelesen habe. Eins war mir klar. Dieser Autor hat normalerweise gut recherchiert. Er schrieb also in seinem Buch über den anonymen Priester aus Salzburg und dessen Schauungen Folgendes. Zitat Der Papst verlässt fluchtartig Rom. Ein neuer Stern Nova erscheint am Himmel. Alles ruft Frieden, Schalom. Da wird es passieren. Ein neuer Nahostkrieg flammt auf. Große Flottenverbände stehen sich im Mittelmeer feindlich gegenüber. Die Lage ist gespannt. Aber der eigentliche zündende Funke wird im Balkan ins Pulverfass geworfen. Ich sehe einen großen Fallen. Ein blutiger Dolch liegt daneben. Dann geht es Schlag auf Schlag. Es stoßen drei gepanzerte Keile nördlich der Donau blitzartig über Westdeutschland in Richtung Rhein vor. Vom großen Frankfurt bleibt kaum etwas übrig. Das Rheintal wird verheert, mehr von der Luft her. Augenblicklich kommt die Rache über das große Wasser. Zugleich fällt der gelbe Drache in Alaska und Kanada ein. Jedoch der kommt nicht weit. Hüben und drüben werden fürchterliche Schläge ausgeteilt. Über unseren Salzburger Himmel dröhnen noch nie gesehene große Fliegerschwärme hinweg. Die Sirenen heulen, die Luft verdüstert sich. Die Menschen werden in Kellern und Löchern die Hände zum Himmel recken. Doch noch werden wir in Österreich und Südbayern vor Ärgerem bewahrt. Die Flugzeuge werfen zwischen dem Schwarzen Meer und der Nordsee ein gelbes Pulver ab. Dadurch wird ein Todesstreifen geschaffen, Pfeil gerade vom Schwarzen Meer bis zur Nordsee, so breit wie halb Bayern. In dieser Zone kann kein Grashalm mehr wachsen, geschweige denn ein Mensch leben. Der russische Nachschub ist unterbrochen. Heftige Stöße erschüttern die Länder Atomschläge. Das englische Inselreich wird auseinandergerissen. London versinkt. Ebenso ergeht es Marseille. Haarbomben fallen im Raum von Prag und auch in Übersee und Asien gibt es atomare Zerstörungen. Östlich von Linz und nördlich der Donau ist das Land ausgebrannt wie eine Wüste. Die Flutwellen des Meeres fallen verheerend über fruchtbare Länder, Städte und Industrien. Diese schrecklichen Zeiten sind uns schon in der Apokalypse aufgeschrieben, in den Bildern von den Engeln mit den Zornschalen, vom Mühlstein, vom feurigen Berg und vom Stern, die in das Meer geworfen werden. Alle Zügel entgleiten den Großen. Der Menschheit droht die Vernichtung. Zitat Ende. Ups. Versteht ihr nun mein Dilemma? Bevor ich diese Schauung das erste Mal in diesem Buch gelesen habe, war ich sicher und unumstößlich überzeugt, dass diese Worte von Alois Irlmayr stammen. Jedenfalls ein Teil davon. Ich versuchte also als erstes die Schauungen von Alois Irlmayr nachzuweisen und es gibt wirklich viele Quellen, die auch darauf hinweisen. Doch der Zweifel war gesät. Sogar an unumstößlich scheinenden Quellen. Und auf so oft zitierte Quellen kann man sich doch verlassen. Kann man doch, oder? Oder nicht? Ihr merkt schon, ich war mir mit nichts mehr sicher und vergrub mich in die Recherche. Ich musste rausbekommen, was da Sache ist. Es stellten sich mir also ein weiteres Mal dieselben Fragen. Wurde da einfach abgeschrieben? Etwas durcheinandergebracht? Oder noch schlimmer, ein sehr einfach erfunden? Was ich sicher wusste, war die Quelle, die der Autor im Buch nannte. Hm. Schwierig. Es gibt in seinem Buch ein sehr ausführlich geführtes Quellenverzeichnis, jedoch leider finde ich keinen Verweis auf den Priester bei Salzburg direkt. Oder doch? In seinem Verzeichnis taucht ein Name auf Wolfgang Johannes Beck, ein Autor, der durchaus kein Unbekannter ist. Gut, ein Anhaltspunkt. Mit dem ursprünglich Buch kam ich nicht weiter, also musste ich mich auf das Internet verlassen. Dort kann man lesen, Dieser bei Wolfgang Johannes Beck als Priester aus der Nähe von Salzburg verortete Text hat seine Vorlage in einem Text namens Blutvergiftung der Völker, der erstmals am 29. August 1975 in dem katholischen Wochenblatt Die rettende Macht von Benedikt Güntner erschien. Zitat Ende Ja, so weit war ich zu diesem Zeitpunkt selbst gelangt. Das war es, was ich gesucht habe. Darauf konnte ich aufbauen. Die Recherche nach Güntner brachte ans Licht, dass er ein selbsternannter Kardinal einer katholischen Splittergruppe mit Sitz in Spanien war und die spanische Tageszeitung El Pais schrieb über ihn. Zitat Benedikt Güntner, ein deutscher Bürger im Alter von 43 Jahren, der sich selbst Kardinal Albertus Magnus nennt, muss sich in Kürze vor einem Münchner Gericht wegen Titel- und Uniformmissbrauchs verantworten. Der selbsternannte Kardinal, der hauptberuflich als Bäcker arbeitete, bevor er in Palmar de Troja Sevilla zum Kardinal ernannt wurde, gehört den Karmelitern vom heiligen Antlitz an, einer Sekte spanischer Herkunft. Die vor längerer Zeit auch mit der österreichischen Polizei Probleme hatte. Vor einigen Tagen wurde der vorgebliche Kardinal erneut von der Polizei in München anlässlich einer Kardinalsmesse in einer Gaststätte der bayerischen Landeshauptstadt verhaftet, an der etwa 30 Menschen teilnahmen. Zum Zeitpunkt der Verhaftung Benedikt Güntners versuchten etwa 50 Frauen Anhängerinnen des Kardinals in Bände die Polizeibeamten durch entgegengestreckte Kruzifixe abzuschrecken, als ob jene vom Teufel geschickt worden seien. Zitat Ende Nun, als Quelle wohl nicht gerade vertrauenswürdig, der gute Mann. Es blieb die Hoffnung, dass er zwar ein Gauner war, aber immerhin hätte er dennoch als Prophetienforscher durchaus respektabel arbeiten können. Leider auch das nicht. Die Schauungen stammten wohl wirklich aus seiner Feder und beruhte einzig auf Erfindungen. Aber was hat das nun mit den Schauungen von Alois Irlmayr zu tun? Das folgende ist jetzt für all diejenigen, die die Schauungen vom Alois Irlmayr gut kennen, wohl ein Schock. Ich eingeschlossen. Und vorab, diese Recherche stammt nicht von mir, sondern ich übernehme es von schauungen.de. Es ist interessant und ich denke, man sollte es durchaus gehört haben. Ich befürchte auch, dass der Autor des Folgenden durchaus Recht damit hat. Jedoch, da ich es nicht selbst recherchieren konnte, möchte ich betonen, dass folgendes ein Zitat ist. Es zu belegen ist schwer, es zu widerlegen fast unmöglich mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, trotz akribisch betriebener Recherche. Aber setzt euch besser hin, bevor ihr das hört, denn ich möchte nicht verantwortlich sein, dass euch was passiert. Der Autor der Seiten schreibt also, Zitat, Ein Exemplar der Erstveröffentlichung konnte bislang nicht aufgefunden werden, sodass nicht nachvollziehbar ist, wie stark der Text bei Beck sich von der Erstfassung unterscheidet. Es kursieren mehrere Fassungen, wobei ein Teil des Textes erstmals 1978 von Adalbert Schönhammer zitiert und fälschlicherweise Alois Irlmayr zugeschrieben wurde. Bis zum heutigen Tage kursiert dieser Teil als falsche Irlmayr-Quelle in diversen Veröffentlichungen. Güntners Text ist nicht als authentische Prophezeiung mit eigenen seerischen Elementen zu betrachten. Er ist im Wesentlichen eine Zusammenschrift aus verschiedenen damals bereits bekannten Prophezeiungstexten, zum Beispiel Irlmayr, Erner Stieglitz, Feldpostbriefe und eigenen apokalyptischen Ideen Güntners. Dass Güntner Irlmayr persönlich kannte, ist nicht nachgewiesen. Seinerzeit wohnte Güntner in Hinterreit bei Ruhpolding im Landkreis Traunstein, nur fünf Kilometer von Irlmayrs Geburts- und Heimatdorf Scharam entfernt. Güntner wurde um 1936 geboren. Zu dieser Zeit lebte Irlmayr bereits in Freilassing, ca. 25 Kilometer entfernt. Als Irlmayr dort 1959 starb, war Güntner etwa 23 Jahre alt. Da der Text nicht authentisch ist und keine Quellen nennt, ist nicht anzunehmen, dass bislang unbekannte Aussagen Irlmayrs in ihn eingeflossen wären und die Aussagen zum Beispiel über die Flotten im Mittelmeer tatsächlich von Irlmayr stammten, wie Schönhammer 1978 behauptete. Zitat Ende Puh, ein ganz schöner Hammer, oder? Dass der angebliche anonyme Priester bei Salzburg eine Erfindung ist, ist verkraftbar. Das sagte mir bereits mein Bauchgefühl. Was mich mehr überrascht und ins Grübeln bringt, ist die Aussage, dass Schauungen Alois Irlmayr zugeschrieben wurden, die nicht von ihm stammen. Gibt es Belege dafür, dass die Aussagen doch von Alois Irlmayr sind? Und wie weit können wir uns darauf verlassen, dass es seine eigenen Schauungen waren? Nun, ich denke, alles, was vor diesem, diesem unsäglichen Artikel von Alois Irlmayr überliefert ist, kann uneingeschränkt geglaubt werden. Aber was dann? Ich persönlich kontrolliere Quellen eigentlich immer quer, aber was, wenn alle auf dieselbe falsche Quelle basieren? Der Verfasser der Internetseite zitiert dann den genauen Text, den Wolfgang Johannes Beck in seinem Buch am Vorabend der Finsternis erschienen 1988, veröffentlicht hat. Den erspare ich euch, aber sollte Interesse bestehen, werde ich natürlich die Quelle in der Videobeschreibung veröffentlichen. Dann kann jeder selbst nachlesen und sich auch ein Bild davon machen, das ich jetzt nicht komplett spinne. Wichtig ist auch ein weiterer Abschnitt der Veröffentlichung. Zitat Josef Stocker hat ebenfalls eine Variante des Textes in seinem Buch veröffentlicht. Der Titel des Buches lautet »Reinigung der Erde – Prophezeiungen über die Zukunft der Menschheit« in der siebte Auflage von 1992. Der Text erschien identisch in dem Buch von Anton Angerer, einem Pseudonym Josef Stockers. »Das steht der Welt noch bevor« von 2001. In beiden Ausgaben verweist Stocker als Quelle auf Wolfgang Johannes Becks Buch »Am Vorabend der Finsternis« in der Ausgabe von 1988. Der Text unterscheidet sich tatsächlich von der Version, in die von Beck zitiert wird. Dass Stocker den Text ursprünglich nicht bei Beck vorfand, sondern in der Tat die Erstveröffentlichung Güntners vorliegen hatte, verrät sich durch den Titel »Blutvergiftung der Völker«, der bei Beck nicht genannt wird. Es ist anzunehmen, dass Stocker Beck, der den Text als anonyme Flugschrift veröffentlichte, als Quelle nennt, um ihn dem Leser besser als neue Prophezeiung verkaufen zu können. Zitat Ende Dass Anton Angerer ein Pseudonym von Josef Stocker ist, war mir bekannt. Somit kann ich das eben Gehörte absolut nachvollziehen, und sie decken sich auch zum Teil mit meinen Recherchen. Zum Teil, weil ich bei Leibe nicht so weit gekommen bin, aber so weit, dass ich dem ganzen Glauben schenke. Scheint also wirklich, dass uns da jemand einen gewaltigen Bären aufbinden wollte? Der Ersteller des Textes bei schauung.de hat aber noch mehr in petto. Ich bin immer wieder begeistert, wie tief deren Recherche geht. Zitat Ein Ausschnitt des Textes wurde bereits 1978 von Adelbert Schönhammer in dem Buch PSI und der Dritte Weltkrieg zitiert. Dabei schrieb er die Aussagen irrtümlicherweise Alois Irlmayr zu, wofür es de facto keinen Beleg gibt. Der Fehler wurde von Schönhammer in einer späteren Überarbeitung seines Buches korrigiert. Dennoch kursiert die Passage noch heute vielfach unter dem Namen Irlmayr. Zitat Ende Das Schönhammer in der späteren Ausgabe die Texte korrigierte, ist mir nun im Nachhinein auch aufgefallen. Mir liegt nur die jüngere Ausgabe vor, aber im Internet findet man mit etwas suchen auch die erste Auflage. Nun stellt sich mir jedoch die Frage, was wirklich alles Alois Irlmayr nur untergeschoben wurde. Ich werde euch nun die zwei unterschiedlichen Passagen der Texte Schönhammers vorlesen, damit ihr den Unterschied selbst hört. Zitat Nach der Veröffentlichung eines Verfassers, eines katholischen Priesters, der ungenannt bleiben möchte, sieht Irlmayr den Ausbruch des Krieges so. Alles ruft Frieden schalom, da wird's passieren. Ein neuer Nahostkrieg flammt plötzlich auf, große Flottenverbände stehen sich im Mittelmeer feindlich gegenüber. Die Lage ist gespannt. Aber der eigentliche zündende Funke wird im Balkan ins Pulverfass geworfen. Ich sehe einen großen Fallen, ein blutiger Dolch liegt daneben. Dann geht es Schlag auf Schlag. Massierte Truppenverbände marschieren in Belgrad von Osten her ein und rücken nach Italien vor. Gleich darauf stoßen drei gepanzerte Keile nördlich der Donau blitzartig über Westdeutschland in Richtung Rhein vor. Ohne Vorwarnung. Das wird so unvermutet geschehen, dass die Bevölkerung in wilder Panik nach Westen flieht. Viele Autos werden die Straßen verstopfen, wenn sie doch zu Hause geblieben wären oder auf Landwege auswichen. Was auf Autobahnen und Schnellstraßen ein Hindernis ist für die rasch vorrückenden Panzerspitzen, wird niedergewalzt. Ich sehe oberhalb Regensburg keine Donaubrücke mehr. Vom großen Frankfurt bleibt kaum etwas übrig. Das Rheintal wird verheert werden. Mehr von der Luft her. Augenblicklich kommt die Rache über das große Wasser. Zugleich fällt der gelbe Drache in Alaska und Kanada ein. Jedoch er kommt nicht weit. Und hier also nun die bereinigte Version des Textes in der späteren Auflage. In der Veröffentlichung eines katholischen Priesters aus Salzburg wird der Beginn des Krieges so gesehen. Alles ruft Frieden, Schalom. Da wird's passieren. Ein neuer Nahostkrieg flammt plötzlich auf. Große Flottenverbände stehen sich im Mittelmeer feindlich gegenüber. Die Lage ist gespannt. Aber der eigentliche zündende Funke wird im Balkan ins Pulverfass geworfen. Ich sehe einen großen fallen. Ein blutiger Dolch liegt daneben. Dann geht es Schlag auf Schlag. Massierte Truppenverbände marschieren in Belgrad von Osten her ein und rücken nach Italien vor. Gleich darauf stoßen drei gepanzerte Keile nördlich der Donau blitzartig über Westdeutschland in Richtung Rhein vor. Ohne Vorwarnung. Das wird so unvermutet geschehen, dass die Bevölkerung in wilder Panik nach Westen flieht. Viele Autos werden die Straßen verstopfen, wenn sie doch zu Hause geblieben wären oder auf Landwege auswichen. Was auf Autobahnen und Schnellstraßen ein Hindernis ist für die rasch vorrückenden Panzerspitzen, wird niedergewalzt. Ich sehe oberhalb Regensburg keine Donaubrücke mehr. Vom großen Frankfurt bleibt kaum etwas übrig. Das Rheintal wird verheert werden, mehr von der Luft her. Augenblicklich kommt die Rache über das große Wasser. Zugleich fällt der gelbe Drache in Alaska und Kanada ein. Jedoch er kommt nicht weit. Adalbert Schönhammer hat also sein Buch in den 90er Jahren völlig überarbeitet, wie man hier beeindruckend sieht. So hat das Ganze im Grunde einen komplett anderen Sinn erhalten, da es nicht mehr Alois Ehlmeier zuzuschreiben ist. Ich kann da dem Autor leider nur zustimmen, dass dem wohl so geschah, weil Schönhammer seinen Fehler bemerkte. Ich gehe davon aus, dass sich daraus ergibt, dass es den anonymen Priester bei Salzburg wohl gar nicht gab. Wenn ich bedenke, wie oft ich diese Schauungen in Artikeln und Videos zu Gesicht bekomme, wird mir ganz anders. Und auch, dass Texte Alois Ehlmeier zugeschrieben wurden, macht es nicht besser. Eins aber, und das ist für mich persönlich und meine Arbeit mit und für die Videos bedeutend schlimmer, dass mein Bild über manche Autoren wie ein Kartenhaus über den Bergen von Büchern, die ich besitze, zusammengebrochen ist. Ich gehe davon aus, dass die Autoren nach bestem Wissen und Gewissen ebenfalls auf die Quellen, die Informationen übernommen wurden, vertrauten und daher das Ganze auch zitierten. Ich denke, mir hätte das genauso passieren können. Es war Glück, dass ich auf einige Infos gestoßen bin und dass Schauungen, die mir, die restlichen Teilchen liefern konnten. Was aber ist nun mit den Schauungen von Alois Ehlmeier? Ich sehe es so, das meiste davon kann durch Stefan Berndt belegt werden. Denn seine akribische und hartnäckige Suche hat Zeitzeugen zutage gebracht, die genau diese Schauungen von Alois Ehlmeier selbst hörten oder aber Verwandte ihnen davon berichteten. In Stefan Berndts Büchern ist dies anschaulich belegt und kann dort bis ins Detail nachgelesen werden. Was nicht von Alois Ehlmeier stammt, sollte wohl berücksichtigt werden in unseren Überlegungen. Sicher ist sicher. Ich fand es jedoch wichtig, euch auch darauf aufmerksam zu machen, denn wenn ihr wieder vom anonymen Priester etwas hört, wisst ihr nun, dass dieser einen gewaltigen Haken hat. Und über diesen sehr hört und liest man doch ziemlich oft. Ich persönlich lerne daraus, dass man nicht immer gedruckten Worten glauben soll, da auch deren Quelle bereits eine einzige Erfindung sein kann. Jedenfalls werde ich ab jetzt noch gründlicher hinsehen, wenn ich Querverweise zu Quellen suche. Jedenfalls hat mich mein Bauchgefühl nicht im Stich gelassen. Dieses Video hat übrigens reine Recherchezeit vier Tage verschlungen. Ein Unding, da ich jeden Tag ein weiteres Video veröffentlichen möchte und dadurch viel Zeit fehlte. Sollte ich also einen Tag kein Video veröffentlichen, seid mir bitte deswegen nicht böse. Da ich alles alleine mache, hat auch mein Tag nur 24 Stunden. Mir bleibt jetzt nur noch, mich für euer Interesse zu bedanken und euch zu bitten, aktiv meinen kleinen Kanal zu unterstützen, indem ihr meine Videos fleißig teilt, damit ich auch weiterhin im Bereich Prophetien-Videos erstellen kann. Denen, die meinen Kanal bereits finanziell so großzügig beschenkt haben, ein von Herzen kommendes Vergelts Gott. Ich weiß gar nicht, wie ich meine Dankbarkeit in Worte fassen soll. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da, das würde meinem Kanal sehr weiterhelfen. Da der Algorithmus von YouTube auf Abos und Likes konditioniert ist und nur so meine Videos auch anderen Zuschauern vorgeschlagen werden. Wie gesagt, auch ein Abo würde mich sehr freuen. Aktiviert am besten die Glocke, denn nur so werdet ihr benachrichtigt, wenn ich ein weiteres Video veröffentlicht habe. Nun macht es gut und lasst euch nicht ärgern. Und denkt daran, bleibt neugierig und offen für alles, was uns diese Welt zu bieten hat. Viele Grüße, eure Marion und das Mystinarium. Die Glocke und das Mystinarium. Musik